Da sage ich normalerweise solche Sachen wie, hi, schön, dass ihr da seid, danke fürs Einschalten, es geht wieder in Tarkov. Es ist Zombie-Event und das wurde mir gerade verraten, sonst wäre ich wahrscheinlich gnadenlos in einen reingeraten. Wobei, es ist ja auch so ein bisschen so, dass man sehen kann, auf welcher Map was los ist. Und ich habe festgestellt, Ground Zero ist nix los, deswegen würde ich auf Ground Zero gehen. Und Freund aus dem Westen Teil 1 versuchen, eliminiere USEC PMCs, sieben Stück. Dann haben wir Aufruhr, eliminiere PMCs mit Pistolen und war das Bekanntschaft, ich versuche Iskra-Raktionspackungen zu finden. Und dann noch, falls möglich, ich meine, ich kann zwar die Kekse hier kaufen, aber weil ich jetzt eh nicht auf Customs gehe, versuche ich Kekse zu finden, damit ich mir diesen Schlüssel ertraden kann, falls ich ihn nicht irgendwie zufällig finde. Das ist der Plan, das ist die Ausrüstung. Eine SKS mit einem kleinen Scope drauf, bisschen Rüstung, bisschen Munition, bisschen Heilung. Gegessen haben wir. Und, ähm, ja, ab auf die Map, ist gleich im Raid. Gas Analyzer, genau. Gas Analyzer will ich auch noch finden. Oh Mann, so viel an Zeugern, dass man denken muss. Aber wenn ich es dann sehe, denke ich hoffentlich dran. Wenn ich so eine Kiste aufmache und da ist ein Gas Analyzer drin, denke ich, oh ja, Gas Analyzer. Nur damit das klar ist, ich bin überhaupt kein guter Tarkov-Spieler. Ich schummel mich hier immer so ein bisschen durch. Äh, wo sind wir denn? Hier sind wir. Okay, alles klar. Da wird auch schon kräftig rumgeballert. Und hier liegen überall diese Leichen rum auf der Map, ne? Also hier kann ja jetzt eigentlich noch keiner sein. Mir ist das Spiel ein bisschen zu leise. Muss ein bisschen lauter machen. Viel Glück, kommt er aus dem Chat. Dankeschön. Komm, hier können doch Gas Analyzer in so Werkzeugkoffern sein, oder? Oh, Poxeram brauche ich, glaube ich. Oh, hier ist eine Medical-Tasche. Saliba, geil. Die Map finde ich immer ziemlich hart, tatsächlich. Wait. Du bist ein Zombie. Ich dachte, hier wären keine Zombies. Wir haben mehrere. Wow, wie der guckt. Wie? Er stirbt einfach nicht. Holy shit. Okay, ich sterbe an Zombies. Ah, ich bin tot. Gut. Alles klar. Auf den Scheiß habe ich ja mal überhaupt keinen Bock. Dann als Gaff auf Interchange. Gehen wir einfach eine schnelle Runde machen. Na gut. Arthur Torek. Oder Toretsch. Arthur. Oh, also ich will Kekse. Kekse und Iskra. Kekse und Iskra. War hier nicht irgendwo. Bin ich am Anfang vom Raid? Ja. Immer. Im PvE. Gab es hier nicht irgendwo ein bisschen Loot? Was habe ich denn überhaupt dabei? M62. Punkt 300. Blackout. M62 Tracer. Munitionspackung. Ah. Nicht schlecht. Und eine Geldbörse. Das wäre cool, wenn ich das mitnehmen könnte. Na, dann schauen wir mal, was meine Schrotflinte so... ...anrichten kann. Wo ist hier ein Loch im Zaun? Hä? Konnte man hier nicht mal einfach rüber? Die Map wurde geändert, habe ich das Gefühl. Muss ich jetzt über diesen Container gehen, den ich da vorhin gesehen habe? Nö, hier geht's. Bisschen Essen? Nö. Keines. Und hier war irgendwo ein Stash, wenn ich mich richtig erinnere. Wo war denn der? War das hier? Moment. Von der Seite... War hier nicht mal ein Stash? So, hier so an dem Baum oder so? Oh, anscheinend nicht. Ich will raus aus dem Regen. Ich muss in Rewe. Da. Das ist doch der Rewe. Also der hier. Verdammt. 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 hallo wir sind hier schon wieder viel zu ruhig take this spp ich habe keine ahnung pack aus ja ist auch okay hätte ich gesagt was ist das für ein Kaliber 9x39 das ist Pistolenmunition oder eigentlich will ich Kekse was mache ich hier ja Feuerzeug okay da ist gerade jemand über Metall gelaufen wenn ich das richtig gehört habe da hinten oben irgendwo okay okay Das ist Kefs. ja gut 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 schauen wir mal ob es kekse gibt spiel ist irgendwie insgesamt ein bisschen leise ich muss es glauben ticken laut ja besser viel besser so kekse kekse und tujonka ne tujonka habe ich glaube ich schon alle abgegeben was bist du für einer du siehst ein bisschen aus wie ein pmc du warst ein pmc du warsther Oh, was? Das war ein ganz schön schwerhöriger Bot. Keine Ahnung. Ja, Kekse scheint es hier keine zu geben. Die kleinen Tuschonkas, die braucht man irgendwann für eine Quest. Hallo? Also, ich habe das Gefühl, dass es im Supermarkt keine Kekse gibt. Dass man die woanders findet. Was hat der eigentlich für eine Waffe hier? Joa, fühlt sich eigentlich nicht schlecht an. Volle Automatik, bitte. Jetzt brauche ich noch einen Helm. Warum hört sich das hier schon wieder so an, als wären hier Zombies? Was für ein Horror. Och, ich mag das nicht. Gruselzeug. Kann ich gar nicht ausstehen. Hier ist es insgesamt viel zu ruhig. Gehen? Das ist ein Helm für mich. Wunderbar. Was ist das für ein Helm? Klasse 3. Ja, ist okay. Und ein paar Kopfhörer. Oh, ein Skeff, Alter. Erschreckt mich halt. Lord of the News, René. Hi. Grüß dich. Hat der jetzt den Rucksack geklaut? Und die Waffe? Und aus dem Eckdeck, der Skeff, der sich hier vor mir zwirbelt, der hat die Sachen geklaut. Autobatterie und ich weiß gar nicht, ich war vorhin in meinem Versteck und hab geguckt, was ich für die, für das erste Level von der Sicherheitstür brauche. Oder war das die Sicherheitstür? Oh, ey, das ist immer so. Ich hab das Gefühl, ich muss anfangen, mir Sachen aufzuschreiben. Oh, oh. So ein, auf so ein, irgendwie so ein Notizblock. Oder so, wie man das von wild organisierten Büros kennt. Ganz viele Zettel auf den Bildschirm kleben. Gut. Ich denke, diesen Raid werde ich stark zusammenschneiden. Jetzt hab ich mich ganz kurz erschrocken. Deswegen sag ich jetzt einfach mal, hey. YouTube Zuschauer. Es ist nichts passiert. In all dieser Zeit. Ich hab nur ein bisschen gelootet. Deswegen hab ich das jetzt hier alles rausgeschnitten. Aber damit ihr diesen kleinen Skephran auch mitnehmen könnt. Nehme ich ihn mit rein. Ich gucke jetzt hier noch nach einem Iskra. Ob ich eins gefunden, eins finden kann. Eieiei, was ist denn hier drin? What the fuck? Was bist du? Zenith, VSS, ASWELL. Bist du ein Scope? Eins bis sechs. Oh, das klingt eigentlich geil. Hier könnt ihr mal kurz sehen, was ich alles gelootet hab. Nehme ich das mit. Nehme ich das mit. Um. Ich habe keine Zeit für euch tut mir leid ich habe keine Heilung oder habe ich Heilung ja da bin ich lieber schnell abgehauen weil das wollte ich jetzt nicht da lassen dass in dem in dem kampf jetzt das zeug das ich gesammelt habe in dem kampf verlieren das wird saublöd gewesen absolut in ordnung jetzt hier abgehauen zu sein zwei pmc's gekillt beides bärs war ein bisschen schade ah nee das zählt eh nicht in die quest rein wenn ich scathrans mache gut damit alle die nicht live dabei sind danke fürs einschalten bis zum nächsten mal haut rein tschüss